Willkommen zu der 8-Bit-Theory. In einem vorigen Video habe ich gezeigt, wie man am C128 mit dem VDC-Chip CGA Low-Res Grafiken anzeigen kann. Diesmal reden wir über etwas höher aufgelöste Grafiken. Unter CGA Low-Res versteht man 160x100 Pixel bei 16 Farben. Was wäre der nächste Schritt? Das wäre dann EGA bei 320x216 Farben. Diese Auflösung war durchaus gängig für PC-Spiele von Mitte der 80er bis Mitte der 90er Jahre und genau dieser Herausforderung wird sich der C128 in dieser Episode stellen. Nur sehr wenige Spiele waren explizit für den C128 angepasst, die meisten verließen sich einfach auf den C64-Modus. Ein Spiel, das trotzdem nativ im 128er-Modus lief, war Ultima V. Das sah zwar aus wie die C64-Version und wurde auch auf den gleichen Disketten mitgeliefert, die Ladezeiten waren dank Burst-Mode aber schneller und es gab Hintergrundmusik, was dem zusätzlichen Hauptspeicher zu verdanken war. Das waren zwar bestimmt willkommene Verbesserungen für die C128-User, aber wie könnte das Spiel ausgesehen haben, wenn statt dem VIC-2-Grafik-Chip auf den VDC-Chip gesetzt worden wäre? Den besten Eindruck kann wahrscheinlich ein Blick auf die 16-Bit-Versionen von Ultima V vermitteln. Speziell bei den großen Grafiken ist der Unterschied zu 8-Bit sehr offensichtlich. Nicht falsch verstehen, es geht hier nicht darum, den C64 schlecht zu machen. Der VIC-2 ist eine Klasse für sich und es ist großartig, was aus ihm rausgeholt werden kann. Es geht hier nur um die Unterschiede und die technischen Hintergründe. Welche Version ihr besser findet, bleibt wie immer euch und eurer nostalgischen Prägung überlassen. Die 16-Bit-Versionen haben eine Auflösung von 320x200. Das sind nicht die vollen 640x200, die der VDC-Chip kann, das Anschauungsmaterial ist trotzdem schick. Und wer weiß, vielleicht können wir ja sogar zeigen, dass der VDC-Chip mehr ist, als nur der hässliche Bruder des VIC-2, was die vorherrschende Meinung im Internet zu sein scheint. Bei diesem Vergleich darf man aber auch nicht vergessen, dass 640x200 nur die Pixel-Auflösung vom VDC-Chip ist. Die Farbauflösung beträgt 160x100. Kann der 128er trotz dieser Einschränkung trotzdem eine würdige Alternative zu EGA sein? Bevor es richtig losgeht, hier noch ein kurzer Überblick zu EGA und ein Vergleich zu CGA und dem VDC-Chip. CGA und der VDC-Chip definieren ihre 16 Farben über RGBI, das heißt jede der Grundfarben kann kombiniert werden und das Resultat kann dann noch hell oder dunkel gefärbt sein. EGA fügt dem noch ein weiteres Bit hinzu. Das erlaubt jede der Grundfarbe in drei Intensitäten, was in Summe 64 Farben ergibt. 16 davon können gleichzeitig gezeigt werden. Und standardmäßig sind das genau die 16, die auch CGA und der C128 kennen und können. Von dieser Palette wurde meist nicht abgewichen. Dann konnten nämlich auch CGA-Monitore, die wirklich nur diese 16 Farben konnten, auch mit EGA-Karten genutzt werden. Hier zum Beispiel mein Amstrad PC 1640, der einen EGA-Chip enthält, allerdings mit dem Amstrad CGA-Monitor trotzdem die EGA-Version von Ultima 5 darstellen kann. Was hatten die EGA-Karten technisch vorzuweisen? Die erste EGA-Karte von IBM hatte 64 KB V-RAM, was auch dem Maximalausbau des C128 entspricht. Auf den ersten Blick lässt sie das ebenbürtig aussehen, allerdings konnten EGA-Karten noch mehr Speicher ansprechen und außer IBM hat auch wirklich jeder andere Hersteller mehr als 64 KB verbaut. Die EGA-Spezifikation hört auch nicht bei 640x200 auf, sondern geht bis 640x350, was ebenfalls ein bisschen mehr ist als die offizielle Spezifikation des VDC-Chips. Der kann zwar eigentlich auch mehr als 200 vertikale Pixel, das soll aber eine andere Geschichte sein. Auf der Zeitleiste betrachtet, die Lebensdauer von CGA ging von 1981 bis ca. 1985. 1984 wurde EGA vorgestellt, Dritthersteller brachten ihre Produkte Ende 1985 auf den Markt. VGA wurde 1987 vorgestellt und EGA verschwand als Zwischenlösung ziemlich schnell wieder vom Markt. Es gab zum Beispiel kein einziges Notebook, das jemals mit EGA auf den Markt gekommen wäre. Der C128D-CR, das Modell, das mit 64 KB V-RAM ausgeliefert wurde, wurde ab der zweiten Jahreshälfte 1986 vermarktet und war bis 1989 im Verkauf. Der Preis der originalen EGA-Karte lag bei ca. 500 US-Dollar, was wohl ziemlich genau dem Preis entspricht, was für einen ganzen C128D fällig war. Technisch betrachtet würde ich sagen, der VDC-Chip ist irgendwo zwischen CGA und EGA angesiedelt. Und jetzt wollen wir endlich Pixel sehen. Ich war so frei und habe einen Screenshot der EGA-Version von Ultima 5 von MobyGames.com runtergeladen und in den Editor geladen. MobyGames ist eine ganz großartige Quelle für Vergleiche wie diesen hier, weil meist Screenshots aller möglichen Plattformen dort zu finden sind. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie man aus einer EGA-Grafik eine Datei macht, die im VDC-Chip angezeigt werden kann. Das könnt ihr dann mit den Grafiken und Screenshots euer Lieblingsspiele machen, wäre wirklich großartig bald unzählige VDC-Versionen bekannter EGA-Spiele im Internet zu finden. Ich verwende hier Promotion NG, das gibt es auch als freie Version. Ich habe für meine Version bezahlt, das hier ist also keine Schleichwerbung. Das wirklich wichtige Feature hier ist, dass man Einschränkungen bezüglich Farbe definieren kann. Genau das, was wir am VDC-Chip benötigen. Zuerst skalieren wir den Screenshot auf 640x200, darauf beziehen sich die Einschränkungen schließlich. Dann laden wir die VDC-Farbpalette. Der Screenshot hat zwar auch 16 Farben, die sind aber anders angeordnet. Das sieht nun ziemlich schräg aus, mit Resample Colors werden aber wieder die richtigen Farben zugeordnet und diesmal auch an der richtigen Palette ausgerichtet. Nun zu den Einschränkungen. Die Farbblöcke sind 8x2 Pixel und pro Block sind zwei Farben erlaubt. Außerdem sind insgesamt 16 Farben möglich. Mit STRG-G zeigt das Programm dann auch alle Verletzungen dieser Einschränkungen an. Wir können auch noch einen Raster anzeigen lassen, der diese visualisiert. Der ist ebenfalls 8x2 Pixel groß und kann mit ALT plus G ein- und ausgeschaltet werden. Und mit etwas verfügbarer Freizeit habe ich mich einfach mal drangesetzt und versucht, alle diese Fehler zu bereinigen. Für die meisten Bereiche ist das auch relativ einfach, gelegentlich ist es aber auch ziemlich knifflig. Man neigt sehr dazu, zu sehr aufs Detail zu achten. Wenn man dann aber Screenshots anderer Plattformen ansieht, merkt man schnell, dass sehr oft auf Details verzichtet wurde. Wir können also getrost einige Details wegnehmen und trotzdem ein gutes Resultat erzielen. Und das war's auch schon. Ich bin überhaupt kein Künstler, das ist also maximal ein sehr unprofessioneller Versuch. Speziell der Avatar und Charmino sind die Bereiche mit den meisten Details, da haben wir auch die meisten Verstöße gesehen. Wenn man aber etwas rauszoomt, denke ich, dass das Resultat trotzdem sehr gut ist. Und das hat weniger als eine Stunde gedauert, ein echter Profi könnte da bestimmt noch ganz andere Ergebnisse rausholen. Um das nun auf dem 128er anzuzeigen, speichern wir es einfach als unkomprimiertes Bitmap mit indizierten Farben. Wir stellen das Bild außerdem auf den Kopf, weil bei Bitmaps die Pixel tatsächlich von unten nach oben gereiht sind. Um also das Bild nicht auch von unten nach oben aufbauen zu müssen, nehmen wir diese einfache Abkürzung. Wenn wir über das Speichern reden, müssen wir auch über die Größe von Dateien sprechen. Und hier geht es nun um die Bitmap-Datei, nicht um den Speicher vom Videochip. Mit 640x200 bei 16 Farben wäre die Bitmap-Datei zu groß für den Hauptspeicher vom 128er. Ein Schwarz-Weiß-Bild mit der Auflösung benötigt zum Beispiel 16.000 Bytes, da ein Byte ja 8 Pixel abbildet. Hier geht es um 16 Farben, das heißt ein Byte bildet zwei Pixel ab. Bei 640x200 hätten wir eine Dateigröße von 64.000 Bytes, was in unserem Fall eine Spur zu groß ist. Wir können das Bitmap aber auch in 320x200 speichern und die Pixel erst beim Anzeigen verdoppeln. Somit halbieren wir Dateigröße und Hauptspeicherbedarf. Dummerweise habe ich nicht sauber mit der Palette gearbeitet und ProMotion hat das Bild immer in 256 Farben abgespeichert, obwohl nur 16 Farben verwendet wurden. Das heißt, ich hatte zwar 320x200 Auflösung, aber durch die 256 möglichen Farben trotzdem wieder eine Dateigröße von 64.000 Bytes. Ich habe dann einfach noch Urban View benutzt, um 16 Farben zu erzwingen. Da musste ich natürlich ebenfalls die Palette berücksichtigen, um die Farben richtig zu behalten. Hier sieht man den Unterschied. Bei der 256 Farbversion belegt ein Pixel ein volles Byte, bei der 16 Farbversion benötigt ein Pixel nur ein Nibble, also die Hälfte eines Bytes. Natürlich gebe es effizientere Bildformate, aber Bitmap ist einfach zu verstehen und wir müssen uns nicht mit Komprimierung herumschlagen. Wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich das Video über Basic Micro Compiler. Dort wird RLA-Kompression als Anwendungsfall verwendet. Um dieses Bild anzuzeigen, müssen wir in zwei verschiedene Adressbereiche im Videoraum schreiben. Das Screen-Raum enthält Informationen darüber, ob ein Pixel in Vordergrund- oder Hintergrundfarbe angezeigt werden soll. Und das Attribut-Raum, was die Vordergrund- und Hintergrundfarben innerhalb eines Farbblocks definiert. Diese Blöcke sind grundsätzlich 8x8 Pixel groß, können aber auf 8x2 Pixel reduziert werden. Pixel können also in einer Auflösung von 640x200 gezeigt werden, Farben aber nur in einer Granularität von 160x100. Ein Bild mit 320x200 auf dieses Format zu konvertieren, verknotet einem echt das Gehirn. Ich werde trotzdem versuchen, es zu erklären und hoffe, es nicht überzukomplizieren. Zwei verschiedene Bildbereiche für Pixel und Farben zu haben, kann schon sehr verwirrend sein. Deshalb versuchen wir, diese beiden so einheitlich wie möglich zu behandeln. Horizontal arbeiten wir mit 80 Byte pro Zeile, sowohl für Pixel als auch für Farben. Das ist gut. Ein Pixel in 320x200 entspricht zwei Pixeln bei 640x200. Für jeden Pixel, den wir aus dem Bitmap lesen, schreiben wir also zwei ins Videoraum. In der Vertikalen besteht unser Bild aus 100 Farbblöcken. Wir wollen also versuchen, sowohl das Schreiben der Pixel als auch das Schreiben der Farben in 100 Iterationen unterzubringen. Wir werden also zwei mal zwei Pixel lesen und vier mal zwei Pixel schreiben. Und das machen wir 80 Mal pro Zeile und 100 Mal für 100 Zeilen. Nun wollen wir das Ganze in Code gießen. Ich verwende Commodore Basic so wie immer. Natürlich könnte man das auch in jeder anderen Sprache machen. Es wird zwar nicht das schnellste Programm werden, so eine Umwandlung wird aber ohnehin nur einmal pro Bild benötigt. Das ist übrigens das C64 Studio, meine Lieblingsprogrammierunggebung. Wie auch im Video zu CGA Low-Res werden wir auch diesmal wieder die VDC Basic Extension verwenden, um mit den VDC Registern und dem VRAM zu arbeiten. Damit bekommt man dann eine Handvoll neuer Basic-Befehle, die das VDC-Leben viel einfacher machen. Das Video zu CGA Low-Res habe ich soeben erwähnt. Dort werden viele Hintergründe erläutert, die auch auf dieses Video zutreffen. Wer es noch nicht kennt, wird es vielleicht auch sehr interessant finden. Ein wichtiger Punkt zu Basic Extensions generell. Da hier neue Basic-Schlüsselwörter eingeführt werden, muss die Programmierumgebung über diese Bescheid wissen. Die dürfen nämlich nicht im Klartext mit dem Quellcode abgespeichert werden, sondern als Tokens. Im Klartext würde der Basic-Interpreter diese Befehle also gar nicht erkennen. Im C64 Studio kann man die zusätzlichen Befehle über ein Dialekt-File definieren. Für VDC Basic habe ich eins auf GitHub hinterlegt. Den Link zum Repository gibt es in der Beschreibung. Der erste Teil ist das übliche Setup. Nachdem VDC Basic geladen und aktiviert ist, setzen wir die Register vom VDC-Chip. RGW steht für Register Write. Der angegebene Wert wird also direkt in das Register geschrieben. RGO macht erst ein Oder des angegebenen Wertes mit dem bestehenden Register Eintrag und schreibt dann das Ergebnis daraus ins Register. Hier sagen wir dem VDC-Chip, dass er 64 KB V-RAM zur Verfügung hat. Diese Zeile aktiviert den Bitmap-Modus und hier definieren wir, dass ein Farbblock zwei Zeilen hoch ist. Wir reduzieren außerdem die Anzahl von Memory Refreshes auf den Minimumwert und setzen die Startadresse von Screen-RAM und Attribut-RAM. Zum Abschluss füllen wir noch das Video-RAM. Revolutionärer Ansatz, wir leeren den Bildschirm nicht, sondern wir füllen ihn mit schwarzen Pixeln. Dann laden wir das Bitmap und springen zum Umwandlungsalgorithmus. Den Bitmap-Header erkläre ich nicht im Detail, die Information dazu findet man ganz einfach im Internet. Nur so viel, wir holen uns Werte wie Höhe, Breite und Farbtiefe von dort. Wie funktioniert die Umwandlung eigentlich? Jedes Byte, das wir lesen, enthält zwei Pixel. Das grüne abgerundete Rechteck umfasst ein Byte. Die violetten Linien zeigen die einzelnen Pixel. Und das ist die VDC-Seite, wo wir die horizontalen Pixel verdoppeln müssen. Im Screen-RAM stellt ein Byte acht Pixel dar. Wir müssen also immer so viele Daten laden, wie wir zum Schreiben von einem Byte-Screen-RAM und einem Byte-Attribut-RAM benötigen. Für acht Pixel wären das vier Byte. Indem wir aber von 320x200 auf 640x200 skalieren und jeder Pixel zweimal geschrieben wird, reichen zwei Bytes. Und die holen wir in Zeile 570 per Peak. Dann splitten wir diese auf vier Nibbles, um die vier Pixel-Werte zu erhalten. Die legen wir in vier Variablen als Hex-Strings ab, p1-String bis p4-String. Wir müssen außerdem prüfen, welche beiden Farben im Farbblock gesetzt werden sollen. Pixel 1 benutzt immer die Hintergrundfarbe. Dann vergleichen wir alle weiteren Pixel mit dem ersten. Sind sie unterschiedlich, dann bedeutet das, dass sie die Vordergrundfarbe zeigen. Abhängig davon, welche Pixel was zeigen, setzen wir dann den Byte-Wert zusammen. Erster Pixel in Vordergrundfarbe wird durch einen Wert von 128 repräsentiert. Der zweite wäre 64, der dritte 32, dann 16 und so weiter. Wir wollen die Pixel aber doppelt schreiben. Aus einem Pixel werden zwei. Ist also Pixel 2 im Bitmap in Vordergrundfarbe, müssen wir die Bits 4 und 5 setzen. Dezimal ist das 48, die Bits 2 und 3 entsprechen 12, Bits 0 und 1 sind 3. Haben wir den Wert des Bytes ermittelt, schreiben wir ihn ins ScreenRAM. Und dann wiederholen wir das alles für die zweite Zeile des Farbblocks. Außerdem halten wir fest, was Vordergrund- und Hintergrundfarbe des aktuellen Blocks sind. Eventuelle Farbkonflikte haben wir ja ohnehin manuell im Bildbearbeitungsprogramm beseitigt. Es sollte also maximal zwei Farben pro Block geben. Danach schreiben wir auch das Attribut-Byte ins Attribut-RAM. Indem wir zwei Zeilen auf einmal bearbeiten, müssen wir anschließend bei der Quelladresse und der Adresse ins ScreenRAM eine Zeile überspringen. Fürs Attribut-RAM ist das nicht nötig, da wir dort ja genau diese Auflösung haben. Und das war die Umwandlung. Jetzt muss nur noch der Inhalt des V-RAM auf Disk geschrieben werden. VTR ist der VDC-Basic-Befehl, um Daten vom V-RAM in den Hauptspeicher zu kopieren. Hier kopieren wir 24.000 Bytes genau dorthin, wo das Bitmap-File zu Ende ist. Der BSAFE-Befehl schreibt das dann auf Diskette. Werden Variablen für die Parameterwerte verwendet, müssen diese übrigens in Klammer gesetzt werden. Und nun wollen wir das in Aktion sehen. Während wir hier sehen, wie das Bild umgewandelt wird, noch ein paar Worte. Ich weiß, dass viele von euch Freude daran haben, aus Algorithmen das letzte Quäntchen an Geschwindigkeit rauszuquetschen. Dieser Code hat sicher noch Potenzial. Ich wollte den Fokus aber darauf legen, das Konzept verständlich zu machen. Der Code ist auf GitHub verfügbar. Wer mag, kann sehr gern an der Performance feilen und natürlich auch den Code für seine eigenen Zwecke anpassen und verwenden. Falls das jemand macht, würde ich mich sehr freuen, davon zu hören. Wer Anregungen zum Verbessern von Basic-Code braucht, dem lege ich den Kanal 8-Bit-Show-and-Tell ans Herz. Die meisten werden den Kanal ohnehin kennen. Ich mag ihn auch sehr und ich bin schon seit über einem Jahr Patreon-Unterstützer. Was wir hier sehen, ist übrigens nicht Originalgeschwindigkeit. Es ist ungefähr 10 Mal schneller. Gerade so schnell, dass ich meinen Text hier unterbringe. Jetzt benötigen wir nur noch ein Programm, um die Daten von Diskette zu lesen und am Bildschirm anzuzeigen. Das wird ziemlich genau dem entsprechen, was wir auch im Video zu CGA LORES schon gemacht haben. Wir müssen einfach sicherstellen, dass die Register wieder richtig gesetzt sind, die Datei laden und diese dann vom Hauptspeicher in den Grafikspeicher kopieren. RTV ist der Befehl dafür, das Gegenteil von VTR. Er kopiert Daten vom RAM in den VRAM. Das lasse ich jetzt in Originalgeschwindigkeit laufen, inklusive des Ladevorgangs. Mit dem Burst-Mode vom 128er und dem richtigen Laufwerk geht das richtig schnell. Sogar ohne G-FITOS. Wenn das Laden abgeschlossen ist, wird dann, neben den drei Punkten ausgegeben, die Dauer zwischen diesem Zeitpunkt und der Anzeige des Bildes vermitteln einen Eindruck, wie lange der VTR-Befehl benötigt. Das ging jetzt sehr schnell, nur ungefähr eine Sekunde für 24.000 Bytes. Ich setze den EGA-Screenshot nun mal daneben hin. Wer mag, kann das Video pausieren und sich selber einen Eindruck von den Details verschaffen. Und das war's für heute. Ich habe noch eine lange Liste mit Themen über den VDC-Chip, zum Beispiel Hardware-Scrolling oder der Text-Modus, Animationen und so weiter. Der Text-Modus vom VDC-Chip hat übrigens noch einiges zu bieten, was der Kernel oder Basic von sich aus nicht anbieten. Damit ihr das nicht versäumt, abonniert einfach den Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte ein Like. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei der 8-Bit-Theory.